Vicky Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vicky Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Weyroth und ich spreche mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld. Heute Aufnahme in Salzburg bei der AdminCon, der jährlichen Konferenz der Wikimedia-Administratoren, Wikimedia deshalb, weil eben auch von Wikimedia-Comments und Wikisource und so weiter Leute da sind. 65 Leute, habe ich jetzt so ungefähr geschätzt, waren es heute schon, die da waren. Und ich spreche mit Toter Alter Mann. Genau. Ja, stell dich doch mal vor. Ja, ich bin Toter Alter Mann, auch kurz Tamm genannt, und bin seit 2009 auf Wikipedia aktiv, jetzt also bald acht Jahre. Habe ein bisschen über 1000 Artikel geschrieben und bin weit rumgekommen, würde ich mal sagen, auf der Wikipedia. Wieso Toter Alter Mann? Den Namen hatte ich schon, als ich mich angemeldet habe, damals noch für ICQ als Nickname. Ich wollte einen Nickname, den ich nicht jede Woche wechsle. Und an dem bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie ich auf den gekommen bin, aber ich fand ihn lustig und seitdem habe ich ihn. Achso, ich hätte gedacht, das wäre irgendwie eine Anspielung auf Goethe oder sowas. Ja, kommt drauf. Du hast das vor, ein Toter Alter Mann zu werden? Ja, ich glaube, es ist ausweichlich. Okay, was war, wie bist du auf die Wikipedia gestoßen? Ich hatte Langeweile, als ich in Wien studiert habe und saß zu Hause vorm PC und habe mich so ein bisschen durch die Seiten geklickt und bin dann bei dem Artikel für kreuz.net hängen geblieben. Also eine berüchtigte rechtskatholische Webseite, die so gegen alles mögliche Stimmung gemacht hat, was jemandem nach dem Zweiten Vatikanum eingefallen ist. Und den Artikel fand ich nicht gut genug und habe mich da beschwert auf der Diskussionsseite. Und dann kam ein netter Benutzer, der meinte, ja, dann bring dich doch ein und ändere den Artikel. Und das habe ich dann gemacht und seitdem bin ich mit an Bord geblieben. Was war deine, also was gibt dir das? Was ist deine Motivation? Was ist meine Motivation? Ja, ich lerne gerne Sachen und das geht ganz gut, wenn man auf Wikipedia Artikel schreibt, weil da muss man sich erstmal vorher informieren und dann ist man auch oft ganz begeistert von dem, was man alles gelernt hat und kann man gute Artikel schreiben. Und wenn die fertig sind, sind die auch schön. Also die sind abgeschlossen, lesen sich gut, wenn man die gut geschrieben hat. Und man ist dann auch ganz überrascht, wenn man die nach ein paar Jahren nochmal liest, wie gut die tatsächlich geworden sind, ohne dass ich mich jetzt loben will. Aber ich denke mir, ja, das hätte ich mir jetzt nicht zugetraut. Und man kann natürlich über alles schreiben, was einen so interessiert. Also du bist ein richtiger, muss man aber mal sagen, richtiger Autor. Also nicht richtig, sondern du bist Autor, weil ich selber halte mich gar nicht so sehr für ein Autor, weil ich auch viel Technisches mache, rumformatiere und so. Aber dieses Texteschreiben, das ist eher so ein Unterpunkt. Bei dir steht das im Vordergrund? Ja, bei mir steht das im Vordergrund, weil ich auch immer dachte, zumindest am Anfang, es geht eigentlich nur ums Texteschreiben. Also die Technik übersieht man natürlich schnell, weil die so gut funktioniert oft. Es war mir aber auch immer wichtig, ein Autor zu sein, weil ich gerne viel labere auf Wikipedia. Also ich habe auch schnell den Meta-Diskussionsraum gefunden. Und da wird man ernster genommen, wenn man auch Artikel schreibt. Ach so. Und dann kann man sich nicht anhören, man sei ja bloß eine Laberbacke, wenn man doppelt so viele lesenswerte Artikel hat, wie die Personen, die einen sonst kritisieren würden. Verstehe. Du hast auch einen Schreibbewerb teilgenommen. Und du hast auf der Wikicon in Korn-Westheim einen Vortrag über Schreibbettbewerbe gehalten. Genau. Ist das ein Steckenpferd von dir oder hast du nur allgemein gedacht, man müsste mal da einen Vortrag halten? Ich habe gleich 2009 angefangen, also da war ich noch kein halbes Jahr dabei, mich für den Schreibbettbewerb anzumelden. Habe dann zwar zurückgezogen, aber war seitdem eigentlich dann mehrere Jahre durchgehend dabei. Und wenn ich nicht mitgemacht habe im Wettbewerb, dann als Jury-Mitglied. Erklär mal, was ein Schreibbettbewerb ist. Ja, was ist der Schreibbettbewerb? Es ist der Schreibbettbewerb. Es ist der Schreibbettbewerb der Wikipedia. Also der heißt nur der Schreibbettbewerb oder SW. findet zweimal im Jahr statt, einmal im März und einmal im September. Und da geht es darum, wer kann innerhalb von einem Monat den besten oder den schönsten Wikipedia-Artikel verfassen. Wird dann von einer Jury begutachtet mit vier Sektionen, Naturwissenschaft, Kulturwissenschaft, Gesellschaftswissenschaften und Geschichtswissenschaften. Und dann wird nochmal Gesamtsieger und eine Shortlist sozusagen gekürt. Und da werden natürlich auch Preise gestiftet, die es dann zu gewinnen gibt. Ist immer ein großes Brumbosum gewesen. Früher war mal mehr los, mehr Lametta. Und heute heißt es immer, der Schreibbettbewerb ist tot. Ach. Genau, Mangelsbeteiligung und Aufmerksamkeit. Kann man, also der Artikel musste neu angelegt werden in diesem Zeitraum. Müsste nicht. Man kann auch einen nehmen, der noch nicht besonders ausgebaut ist. Also wenn der zwei Doppelzeilen hat, kann ich den genauso nehmen. Kann auch einer sein, der schon 50 Bildschirmseiten hat. Und man sagt, nee, der ist zwar lang, aber nicht gut. Den stutze ich jetzt auf 20 Seiten zurecht. Und schreibe den komplett neu. Geht mittlerweile auch, ja. Warum sagt man, dass der tot ist? Also klar, es nehmen weniger Leute teil. Warum nehmen weniger Leute teil? Ja, warum nehmen weniger Leute teil? Also es nehmen nicht nur weniger Leute teil. Es stellen sich auch weniger Leute für die Jury zum Beispiel zur Verfügung. Im Moment haben wir die Situation, ich glaube, die Nominierungsphase läuft noch drei Tage. Für mindestens acht Jurykosten haben sich bisher vier Leute gemeldet. Davon bin einer ich. Es gibt weniger Preise, die ausgelobt werden. Früher haben sich da zwei Benutzer darum gekümmert, die die Verlage und die Reiseveranstalter und so angesprochen haben. Haben bei Studiosos gefragt, hey, wollt ihr nicht eine 2.000 Euro Reise spenden? Haben sie gemacht? Haben sie gemacht, ja. Also man konnte eine Reise nach Indien mal gewinnen. Wow. Also es waren wirklich super tolle Preise und die machen das jetzt natürlich auch nicht mehr. Also er hat allgemein so ein bisschen an Popularität verloren. Es ist natürlich auch schwieriger geworden, weil die Ansprüche an die Artikel gestiegen sind. Die Kriterien sind schwerer geworden? Ja, würde ich schon sagen. Also mit den Artikeln, mit denen man den 2005 gewinnen konnte, würde ich sagen, würde man sich heute schwer tun. Einfach weil allgemein die Anforderungen an Wikipedia-Artikel gestiegen sind. Ja, 2005 ist schon eine Weile her. Kann ich nachvollziehen. Wenn man in der Jury ist, kann man nicht dann teilnehmen. Nee, also... Wäre Quatsch. Ja, genau. Es lässt sich auch beobachten. Der Publikumspreis, also die Publikumswertung dieses Wettbewerbs, da kann dann jeder abstimmen. Da sind die Teilnehmer auch zurückgegangen. Habe ich aber gemerkt, als ich den betreut habe über mehrere Jahre hinweg, dass das stark davon abhängt, wie gut man den bewirbt. Also schreibe ich einen Artikel im Wikipedia-Kurier und sage, bitte nimm teil und mach das nicht nur einmal, sondern irgendwie viermal über den Wettbewerbszeitraum und mach das einen schönen Ausmacher oder bewerbe das auch auf der Hauptseite. Dann kann man durchaus so 30, 40 Teilnehmer da versammeln. Wenn man sich gar nicht kümmert, dann kann man froh werden, wenn 10, 16 Leute so in dem Bereich sich da melden. Verstehe. Du hast also, hast du vorhin gesagt, wie viele lesenswerte Artikel ungefähr? Weiß ich gar nicht. Weißt du gar nicht? Das ist eine zweistellige Zahl, glaube ich. Ich habe null. Wie kriegt man einen lesenswerten Artikel? Einen lesenswerten Artikel kriegt man, indem man, würde ich mal sagen, zwei, drei gute Bücher zu einem Thema liest. Vielleicht müssen wir erst mal erklären. Niemand hört einen Artikel. Genau. Ja, aber man kann richtig alleine eben einen Artikel schreiben, einen guten Artikel. Das ist dann so der Hauptautor. Das hat auch nichts zu sagen. Jeder kann da weiter rumeditieren, aber man adoptiert den ja auch und achtet dann darauf. Man kümmert sich einfach so ein bisschen um den Artikel. Und wenn man jetzt sagt, na gut, ich habe da zwei, drei gute Bücher ausgewertet und vielleicht noch zwei, drei interessante Artikel. Ich würde meine, das reicht für einen lesenswerten Artikel. Und in dem Artikel steht eigentlich alles drin, was man wissen müsste. So mal grob, um sich auf einer Party über ein Thema zu unterhalten. Dann gibt es zwei Seiten. Das ist einmal Wikipedia Kandidaturen für lesenswerte Artikel oder Wikipedia Kalb, also Kandidaturen für von Artikeln, Listen und Portalen. Da kann man dann sagen, ja, ich habe jetzt diesen Artikel schön ausgebaut, schaut ihn doch mal an. Ich finde, der ist lesenswert. Wenn ihr das auch findet, dann stimmt doch bitte dafür. Und dann läuft das zehn Tage oder zwanzig Tage, je nachdem, ob das Ergebnis eindeutig ist. Und am Ende bekommt der Artikel dann ein blaues Bapperl, wie man sagt, oben aus rechts in der Ecke verpasst, wo ein kleines L draufsteht und dann ist der Artikel lesenswert. Das ist auch für den Leser interessant, ne? Also lesenswerte Artikel sind vermutlich vertrauenswürdiger und ergiebiger. Also für einen Leser wäre das ein Qualitätsberikad, weil er davon ausgehen kann, den Artikel hat nicht nur jemand sondergestrieben. Den haben auch mindestens drei, vier andere Leute gegengelesen und für gut befunden. Ich weiß nur nicht, ob die Leser das wissen, weil oft habe ich die Befürchtung, das ist so eine sehr Wikipedia-interne Geschichte, wo es bloß darum geht, diese blauen Ls zu sammeln. Oder halt die verbesserte Stufe, die grönen Sterne. Wenn man sagt, der Artikel ist dann so richtig, richtig gut, dann kann man den auch noch eine Kategorie höher nominieren. Exzellent ist er dann. Genau, es ist ein exzellenter Artikel. Ja, das ist ja eine Motivation für die Autoren, offensichtlich einen guten Artikel zu schreiben, wenn sie dann als Sternsender verfliegen. Ja, es gibt durchaus so eine Gruppe Autoren, die es wirklich nur auf diese sehr guten, stark ausgebauten, präzisesträchtigen Artikel abgesehen haben. Und gar nicht so in der Breite schreiben, sondern die haben vielleicht 50 Artikel und davon sind 30 lesenswert oder exzellent. Also, ich will gar nicht die Diskussion anfangen, ob man möglichst viele Artikel haben will oder möglichst exzellente, wahrscheinlich. Beides. Beides, ne? Aber, ich weiß nicht, ich nehme ja jetzt auch wieder, das sind wir ein Wettbewerbteil, 28 Anthropologinnen, da schreibt man auch die Menge. Wenn man jeden Tag einen Artikel schreibt oder dieses 100 Wikidays, da schreibt man auch jeden einen Artikel. Da schreibt man auch nicht jeden Tag einen lesenswerten Artikel. Nee. Aber kann trotzdem gut sein, wenn man die Erfahrung hat. Kann trotzdem gut sein. Also, ich habe mal am Wikicap teilgenommen, am allerersten, das muss man dazu sagen, ist auch so ein Wettbewerb, den Achim Roschka 2012, glaube ich, ins Leben gerufen hat. Und wo es darum ging, naja, entweder besonders gute oder besonders viele Artikel zu schreiben. Aber die Bewertungskriterien waren leider so gewählt, dass man für möglichst viele Artikel mehr Punkte bekommen hat, als für möglichst gute. Ich habe mir dann aber vorgenommen, dass jeder hundertste meiner Artikel mindestens lesenswert werden muss. Und habe dann zwischendurch jeden Tag so zehn Artikel geschrieben. Das war ein ziemlicher Schlauch, würde ich niemandem empfehlen. Habe dann aber teilweise doch geschafft, an einem Tag einen exzellenten Artikel fertig zu schreiben und auf die Bewertungsseite zu stellen. Und der ist dann tatsächlich exzellent geworden. Glückwunsch. Danke. Hast du so Lieblingsthemen, Spezialthemen, über die du schreibst? Ja, ich würde sagen, Pilze ist so ein Spezialthema. Einfach, weil ich den ganzen Wettbewerb über nur Pilze geschrieben habe. Und, glaube ich, 800 Pilzartikel in einem Jahr dann verfasst habe. Ansonsten schreibe ich viel über Vögel. Vorher habe ich auch was über Burgen viel geschrieben. Ich habe, glaube ich, so 20 Burgen oder so. Bist auch so ein Streckemacher dann, ja? Also von einem Thema dann auch wirklich viel. Ja, und mache aber auch zwischendurch mal so dies und das. Also, wenn ich so einen kleinen, kuriosen Artikel schreiben kann, dann finde ich das schon auch gut. Liest du auch die Wikipedia? Klar, zwangsläufig. Also, wenn man Artikel schreiben will. Dann schreiben. Aber ich meine, ach so. Es gibt ja Leute, die nur lesen. Ja, mittlerweile schreibe ich ja kaum noch. Ach so. Und bin weitgehend zum Lesen übergegangen. Lese aber, glaube ich, immer noch jemand, der die Wikipedia schreibt. Also, ich denke mir dann, oh, da hat derjenige aber Mist gebaut. Oder die Autorsum kenne ich. Aber das sieht man auch in der Handschrift und so. Also, ich lese auch immer zwischen den Zeilen mit. Du bist ja auf der Admin-Komm. Bist du Administrator? Nicht mehr. Nicht mehr. Du warst Administrator. Wie lange? Ich war genau ein Jahr Administrator. Und das war eine ziemlich knappe Wahl. Die war, ja, aus einer, ich möchte nicht Laune, aber aus so einem Impuls daraus habe ich gesagt, ja, jetzt will ich es wissen. Genau, hatte einen sehr umstrittenen Laudator, der mich vorgeschlagen hat und meine Laudatio geschrieben hatte. Der ist mittlerweile unbeschränkt gesperrt als schlimmer Troll. Ja, und ich war, als ich die Wahl begonnen habe, auch gerade erst frisch aus meiner ersten, einen Tage später raus. Wie bist du dazu gekommen? Also, diesmal ein echter Stammtisch mit Bier aufstoßen? Ja, ich habe jemanden ziemlich wild auf der Vandalismus-Meldung als einen Nazi-Troll verdächtigt und das auch offen so geäußert. Und da meinte ein Admin, ja, das ging ja nicht, einfach mal so ins Blaue rein, Nutzer als Nazis zu bezeichnen, muss ich dem Admin auch recht geben. Ich habe mich dann gesperrt. Dann gab es ein großes Aufheben, weil ich, glaube ich, damals schon recht hohes Ansehen in der Community hatte. Und es auch klar war, dass der Benutzer auf dieser Vandalismus-Seite niemand war, den die Leute im Projekt haben wollten. Also, es war eine Sockenpuppe, halt nur nicht von dem Benutzer, wo ich gesagt habe, das wäre so sie. Kurz erklären, was eine Sockenpuppe ist. Eine Sockenpuppe ist ein Account, der so tut, als sei er von einer anderen Person. Tatsächlich aber der zweite Account ist von jemand anderem. Es gibt Leute, die mehrere Dutzend Socken oder tausend Sockenpuppen haben. Genau. Und viele von diesen Leuten sind auch schon gesperrt und kommen immer wieder mit neuen Konten, die sich dann aber durch ihr Verhalten irgendwann verraten. Naja, ich wurde auf jeden Fall gesperrt, habe mich dann trotzdem zur Wahl stellen lassen. Das war eine knappe Angelegenheit. Und ich glaube, ich wurde nur gewählt, weil ich versprochen habe, ich lasse mich nach einem Jahr entweder wieder wählen, freiwillig, oder ich gebe die Knöpfe ab und trete als Admin ab und habe mich dann nach der ersten Admin-Con tatsächlich dazu entschlossen, abzutreten. Warum? Weil ich glaube, dass es nicht gut tut, wenn man sein ganzes Wikipedia-Leben nur mit Admin-Knöpfen drum rennt. Und ich der Überzeugung bin, man trifft bessere Entscheidungen, wenn man zwischendurch als Fußgänger, wie das Benutzer-ELOV immer so schön ausdrückt, unterwegs ist und man lernt, das aus deren Perspektive auch zu verstehen. Fußgänger ist Administratoren-Slang für Leute ohne Admin-Knöpfe, ist das richtig? Ja, beziehungsweise die Administratoren hören diesen Begriff nicht so gern. Das ist ein bisschen polemisch, weil das suggeriert, die Admins würden immerhin Porsche durch die Gegend fahren und die armen Fußgänger hätten das nachsehen. Jetzt bist du nicht mehr Admin, weil du brauchst die genannten Gründen. Du hast aber auch noch mal eine andere Funktion, du warst mal im Schiedsgericht. Genau, ja. Hast du auch die aktuellen Entwicklungen so verfolgt? Ich war ja selber auch im Schiedsgericht und bin nach drei Wochen zurückgetreten, weil es Kontroversen um eine Person gab. Was waren so deine Erfahrungen aus dem Schiedsgericht? Ja, meine Erfahrungen aus dem Schiedsgericht. Ich habe ja ein paar der Beteiligten noch in meiner Schiedsgerichtszeit miterlebt und hatte mit denen eigentlich nie Probleme, habe dann auch gar nicht über Wikipedia von dieser Sache erfahren, sondern von anderen Webseiten, als es gerade hochkaufte. Und ja, was kann man dazu sagen? Also zum Aktuellen muss man kurz erklären vielleicht, dass ein langjähriges Schiedsgericht-Mitglied sich seine Person offengelegt hat und dass er Funktionär bei der AfD ist. Was das Schiedsgericht auseinandergetrieben hat, mehrere Leute sind zurückgetrieben. Genau. Und man muss dazu sagen, er hat das auch nur intern mehr oder weniger in Skype-Konferenzen getan. Und es gab eine erste Reaktion darauf im September, glaube ich, als ein Teil des damaligen Schiedsgerichts zurückgetreten ist, ohne das zu kommentieren. Dann wurde ein neues Schiedsgericht gewählt, turnusmäßig, aus dem dann von einem Mitglied, wo lanciert wurde, oder es war auch vorher schon als Gerücht in der Welt, dass eben dieser eine Schiedsgerichter bei der AfD sei. Genau. Und es waren auch schon wieder neu gewählte Schiedsgerichter auf dem Absprung. Und als es dann lanciert wurde, dann erst recht. Genau. Also haben viele Schiedsgerichter aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich, und Motiven, muss man dazu sagen, ihren Hut genommen. Und mittlerweile sind noch drei Leute, vier Leute im Schiedsgericht. Also die sind nicht mehr beschlussfähig. Genau. Es ist eigentlich nur nominell, dass sie da sind. Aber das fällt nicht in deine Zeit. Das fällt nicht ganz in meine Zeit. Ich kenne nur die Leute, die da tief waren. Also warst du noch in einer Phase dort, als alles rosarot und mit Glitzer war? Na ja, rosarot und mit Glitzer ist es im Schiedsgericht nie. Die sind natürlich sehr schwierig, weil man keinen Einfluss darauf hat, wie man jetzt da als Kollegen bekommt. Es wird zweimal im Jahr gewählt. Jeweils die Hälfte. Der ist Richter und Richterin. Und ja, manchmal entscheidet die Community sich da halt für Leute, wo man dann sagt, hm, das ist aber wirklich schwierig, mit denen zusammenzuarbeiten. Und wir hatten auch in meiner Zeit da schwierige Konflikte, wo Leute gesagt haben, ja, sie halten das wirklich bloß in der Skype-Konferenz aus, wenn die oder die Person jetzt gar nichts sagt oder sich komplett raushält. Teilweise haben die Personen das dann auch selber gemerkt und sind zurückgetreten. Teilweise musste man halt irgendwie einen Modus wie Wendy finden, um bis zum Ende der Amtsperiode durchzuhalten und zumindest nach außen hin das Schiedsgericht als Institution nicht zu beschädigen. Sind denn irgendwelche Fälle in Erinnerung? Ja, wir sind doch viele Fälle in Erinnerung, also viele auch, wo wir schlechte Entscheidungen getroffen haben. Ach so. Es gab zum Beispiel einen Fall in der Gender-Debatte, also wo es einfach quer auf Wikipedia einen Streit gab, Es gab Themen wie Geschlechtergefrechtigkeit, Geschlechtergefrechte, Schreibweise in Artikeln, Frauenthemen und so weiter und so fort. Wie sollte mit denen umgegangen werden? Es gab zwei Fraktionen, die da sehr unterschiedliche Ansichten hatten, sich immer wieder beleidigt hatten. Und irgendwann ist diese Geschichte dann bei uns gelandet und wir waren sozusagen mit der Aufgabe konfrontiert, uns diesen Konflikt zu befrieden. Und wir hatten uns ein sehr detailliertes und ausgeklügeltes System an Zusatzregeln für involvierten Benutzer und Artikel ausgedacht, die automatisch greifen sollten. Also es war sehr durchdacht, sehr gut abgewägt und sehr viel diskutiert intern. Was wir nicht bedacht hatten, war, dass die Admins da nicht mitgehen wollten, weil die Regeln sehr schwierig umzusetzen waren teilweise, weil viele der Admins diese Regeln nicht gut fanden und weil sie auch fanden, dass wir als Schiedsgerücht unsere Kompetenzen damit überschritten hatten. Und da haben wir gemerkt, naja, so mächtig ist das Schiedsgerücht gar nicht und es kommt viel darauf an, im Vorfeld die Beteiligten mit einzubeziehen und auch deren Meinung zu hören und vor allem auch Entscheidungen zu treffen, die sich realistisch umsetzen lassen. Das hat in anderen Fällen besser geklappt, aber ich denke, ich habe aus dem Fall damals viel gelernt, was auch die Grenzen der Konfliktbewältigung auf Wikipedia angeht. Was heißt das? Was sind die Grenzen? Ich glaube, nicht jeder Konflikt lässt sich lösen. Mit manchen Konflikten muss man vielleicht auch leben. Also es ist oft, oder in manchen Konflikten ist es besser, damit zu leben, als sie zu lösen zu versuchen, weil da macht man Sachen nur noch schlimmer. Und man muss auch als konfliktlösende Instanz, ob das jetzt der Schiedsgerücht ist oder ein Admin, die eigenen Grenzen vor Augen haben und sich klar machen, naja, ich habe jetzt zwar viele Befugnisse, aber das heißt nicht, dass ich auch die Möglichkeiten habe, jetzt tatsächlich diesen Konflikt beizulegen und einen für alle mal zu lösen. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen vermessen. Und insofern tut da ein bisschen Demut gut. Ja, Demut. Vorhin wurden so Eigenschaften von Administratoren aufgewählt. Vielleicht sollte auch Demut dazu gehören. Ja, Demut ist sicher nicht schlecht. Ich glaube, am wichtigsten ist Humor. Und zwar in dem Sinne, dass man über sich selbst lachen kann. Ich sage oft, Humor ist wahrscheinlich die einzige Eigenschaft, die man mit der Gießkanne über der Menschheit verteilen könnte, ohne Schaden anzusichnen. Sich selber zu ernst nehmen, das ist ein großes Problem. Kommt man nicht sehr weit in der Wikipedia oder landet im Dauerstreiz, wie vorhin jemand erzählte, dass es seit zehn Jahren und länger schwelende Streits gibt in der Wikipedia. Könnte man eine Doktorarbeit drüber schreiben. Machen bestimmt auch schon Leute. Hast du noch vor, eine Doktorarbeit zu schreiben? Ja, ich schreibe gerade meine Doktorarbeit. Ach nein. Ich habe auch vor, die abzuschließen. Nicht zur Wikipedia. Ich schreibe die zu Eigentum und Saatgut. Was hast du studiert? Ich habe Politikwissenschaft studiert im Bachelor. Mit Nebenfach Soziologie und habe dann auf Soziologie mit Nebenfach Philosophie gewechselt und promoviert in Soziologie rund um Eigentum und Saatgut und was die Leute da so treiben. Interessantes Thema. In Zeiten von Gegentechnik, die nicht dafür eingesetzt wird, den Hunger der dritten Welt zu stillen, sondern um quasi abschließbare Pflanzen herzustellen, die nur mit dem Dünger der Firma funktionieren. Ja. Du nickst. Ja, genau. Da hatte ich neulich einen Beitrag auf Deutschlandfunk gehört zum Thema Gentechnik. Hilft es gegen Hunger in der Welt? Und wie ist der gegenwärtige Stand? So, kannst du da kurz was zu sagen? Ja, kann ich. Also, ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass es nicht gegen den Hunger der Welt hilft. Weil da, wo die Leute hungern, lassen sich die Pflanzenarten, die sich sinnvoll mit Gentechnik bearbeiten lassen, nicht anbauen. Oder beziehungsweise die Eigenschaften, die ich mit Gentechnik sozusagen herstellen kann, die machen da nicht viel Sinn. Denn es gibt im Moment zwei heraufragende Eigenschaften, bei denen das klappt und auch ökonomisch klappt. Das ist einmal Schädlingsresistenz und dann Herbizidresistenz. Das heißt, ich kann die mit Dymphosat zum Beispiel besprühen, ohne dass die eingehen. Also einmal Resistenz gegen die Schädlinge und einmal gegen die Schädlingsgifte oder die Gifte, die gegen Schädlinge sind. Gegen Herbizide, also gegen Unkrautvernichtungsmittel. Das heißt, ich kann einfach, das Unkraut kann ich wegspritzen und was weiß ich, der Mais bleibt stehen. Das große Problem ist, die Bauern in Afrika zum Beispiel können sich schon das Herbizid nicht leisten. Also bringt ihnen diese Technologie zum Beispiel nichts, dann ist das Saatgut auch doppelt so teuer, würde ich mal sagen. Je nachdem, was man da als Grundlage nimmt. Und diese Leute kaufen schon gar kein Saatgut, weil sie ihr Saatgut seit Jahrzehnten, Jahrhunderten selber herstellen und gar kein Geld hätten, sich jetzt neues Saatgut zu kaufen. Und dann sind das lauter so Hochleistungssorten, die überhaupt umkippen würden im Hochland von Äthiopien oder irgendwo in der Sahelzone. Und das ist einfach ökonomisch unattraktiv. Also das hat noch nicht mal mit bösen Absichten zu tun. Und dann kommt dazu, naja, die bauen da irgendwelche Hirse an oder Maniok oder so. Und Gentechnik ist eigentlich nur ganz groß in vier Fruchtarten. Das ist Mais, Soja, Baumwolle und Raps noch ein bisschen. Und alles, was weniger abwirft auf dem globalen Markt, lohnt sich schon nicht, weil eine neue gentechnische Eigenschaft herzustellen, kostet glaube ich so 130, 140 Millionen US-Dollar. Und wird auch nicht billiger. Aber es gab doch hier Golden Rice, so eine Reissorte, die eben robust ist und auch verschiedene Nährstoffe halt, sodass man sich nicht einseitig ernährt, wenn man sich nur von Golden Rice ernährt oder irgend sowas. Aber da gibt es, glaube ich, auch nur ein paar Versuchsfelder immer noch, obwohl da seit 15 Jahren dran gebraucht wird. Ja, das ist ein bisschen eine tragische Story. Das war so ein Prestige-Projekt, vor allem von Wissenschaftlern, weniger von Gentechnik-Konzernen. Die wollten einen Rice herstellen, der Beta-Carotin hat. Also so wie hier die Karotte, was vor allem gut ist gegen Blindheit und Mangelernährung. Haben dann mit viel Mühe ein Beta-Carotin-Gen in den Rice einschleusen können. Das aber auch nur mit der großzügigen finanziellen Unterstützung von der Bill & Melinda Gates Stiftung, glaube ich. und Syngenta hat ihn auch noch unter die Arme gegriffen, als es dann nicht richtig geklappt hat. Dann mussten sie das zweimal versuchen, weil es nicht so richtig, also weil nicht genug Beta-Carotin drin war. Dann war endlich genug Beta-Carotin drin. Dann steckte das Gehen leider an irgendeiner Stelle, die für die Wurzelentwicklung dieses Reises wichtig ist. Und jetzt wächst der Rice zwar einigermaßen gut im Gewächshaus, aber irgendwo im philippinischen Hochland knickt der um, hat nicht genug Festigkeit. Und naja, jetzt gröpfen sie ja seit 20 Jahren vor sich hin. Und bisher hat noch kein Bauer irgendwie diesen Rice, glaube ich, auf einen Markt gebracht in den Philippinen. Was hat deine Doktorarbeit für ein Ziel? Was ist so die Erkenntnis, die darüber kommt? Ich will ein bisschen drüber schreiben, was passiert, wenn man denkt, man könnte alle Probleme mit Eigentum lösen. Oder man könnte sie damit lösen, wenn man den Leuten mehr Eigentum gibt und mehr Eigentumsrechte. Das hat im Saatgutbereich nicht besonders gut funktioniert. Und ich will so ein bisschen diskutieren, warum das nicht funktioniert hat. Und mein Verdacht ist, dass das auch damit zusammenhängt, dass Saatgut halt ein bisschen anders funktioniert als eine Kiste Schrauben oder ein Sack Nägel, die man im Baumarkt kauft. Und auch anders funktioniert als ein Stück Land oder eine Wohnung, die man sich irgendwo in der Stadt kauft. Weil das immer noch ein bisschen so Eigendynamik behält. Und schon allein dadurch, dass es sich selbst vermehren kann, eigentlich diese ganze Logik von Käufer und Verkäufer, Produzent und Konsument so ein bisschen über den Haufen wirft. Weil ich damit als Konsument auch gleichzeitig zum Produzent werden kann. und das über die gängigen Eigentumsvorstellungen nicht ganz gedeckt ist. Na, mit diesen selber sich Saatgut ziehen, da sind sie auch gut dabei, das zu verhindern. Ich sage mal, die Saatgutkonzerne. Beispielsweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass man die Kräuter, die man im Supermarkt kaufen kann, dass die eingehen, dass die nicht ein Jahr überleben. Kein einziges bei mir. Ich meine, ich selber habe keinen grünen Daumen, aber ich habe ja Gott sei Dank eine Frau mit dem grünen Daumen. Und wir kriegen die nicht übers Jahr. Geht nicht. Also die, was haben wir immer, was macht man auf Nudeln drauf? Basilikum. Basilikum, genau. Alle Basilika, die wir hatten eingegangen und Pfefferminze auch. Genau, die sollen auch eingehen. Ja. Also noch nicht mal, also das ist ganz normal, weil das ein Jahr so Gekräuter sind. Und mit denen ist auch, kann ich dir verraten, nicht viel Geld verdient. Und also bis ich da Terminator-Technologie, heißt das gentechnisch, freienzüchte. Ach, die sind nur einjährig. Man sollte sie selber aussehen. Also es gibt so Sachen, wie ich glaube, Thymian kann näher zurück sein. Also ich wächst bei meinen Eltern zumindest in der Einfahrt den Winter über. Aber viele Kräuter sind einfach einjährig und gehen dann ein. Aber Pfefferminze kann mich erinnern, dass der mal bei uns ein ganzes Beet irgendwie belagert hat. Also ich kenne mich jetzt mit Kräutern nicht besonders gut aus in der Hinsicht. Ich weiß bloß, dass diese Terminator-Technologie, dass Sachen eingehen oder keine Samen mehr bekommen, darum geht es ja eigentlich, dass die nie zum Einsatz gekommen ist. Was es natürlich gibt, ist Hybrid-Züchtung. Das heißt, ich kreuze zwei meist sehr genetisch unterschiedliche Sorten miteinander in der Hoffnung, dass sie entweder mehr Ertrag bekommen oder dass, wenn du dann das Saatgut weiter vermehrst, dass das ganz wild wird und keine Pflanze mehr so aussieht, wie die andere. Das kann jetzt die egal sein, wenn du das im Topf machst, ob du jetzt eine gelbe und eine rolle Tomate hast. Auf dem Feld ist es tödlich. Auf dem Feld ist es natürlich blöd. Und wirtschaftlich, ja. Ja, ja, weil dann wird es zu unterschiedlichen Zeitpunkten greif, hat ganz unterschiedliche Eigenschaften und das ist für einen Bauern natürlich ein Graus. Jetzt haben wir uns ganz schön weit von der Wikipedia entfernt. Lass uns doch mal entfernt von der Wikipedia bleiben. Du hast noch ein Hobby. Ja, ich mache Theater seit fünf Jahren. Ich habe das in der Oberstufe angefangen im Gymnasium, habe das da zwei Jahre gemacht, habe eigentlich nie was mit Theater am Hut gehabt bis dahin und habe es dann danach auch erst mal vier Jahre auch nicht mehr gemacht. Und irgendwann ist da eine Freundin auf mich zugekommen, die eine Theatergruppe gründen wollte und aber niemanden gefunden hat, der Regie übernehmen wollte. Und ich habe gesagt, na gut, solange ich mich um das ganze Borger-Kram-Zeugs nicht kümmern muss, mache ich gerne Regie, solange du das übernimmst. Das hatte sie dann bei sich im Studentenwohnheim aufgezogen. Ein halbes Jahr darauf ist sie leider ausgezogen und ich bin in ihre Wohnung eingezogen, weil ich das auch auf Wohnungssuche war und dann hing der ganze Orga-Kram auch an mir. Ach schön. Ja, genau. Und den bin ich zwar mittlerweile los, aber Regie mache ich im Moment ja auch immer noch so ein bisschen. Versuche aber auch immer die anderen Leute, die ja eigentlich nur als Schauspieler mit dabei sind, auch einzubinden in die Entscheidungsfindung und die Ausgestaltung, weil ich denke, die sollten da schon auch mitreden. Und sind das Schauspielstudenten oder allgemein? Das sind alles Laien und oft auch Leute, die nie vorher Theater gemacht haben und sich das auch gar nicht zutrauen, dann aber glücklicherweise spielen müssen, weil wir sonst nicht genug Leute haben für das Stück. Ah ja, und was sind das für Stücke? Wir haben angefangen mit eigentlich gar nicht so echten Theaterstücken. Wir haben den Kontrakt des Zeichners, das ist so ein 80er-Jahre-Arthros-Film von Peter Greenaway, haben wir mal aufgeführt als Theaterstück. Da geht es um so ein Detektiv, naja, wie soll man sagen, es geht um eine Mördersuche in einem barocken Garten Ende des 17. Jahrhunderts. Sehr unterhaltsam, vor allem in den Dialogen. Wir haben die Kunst des negativen Denkens aufgeführt. Das ist ein norwegischer Film aus den 2000er-Jahren, glaube ich. Ich finde es ja cool, dass er Filmen nachspielt. Ja, als drittes haben wir dann von Michael Ende die Vollmond-Legende. Das ist ein sehr dünnes, kleines Buch. Eines der letzten Bücher, die Michael Ende geschrieben hat. Da geht es um einen Eromiten und einen Räuber und Sinnfindung im Wald und Religiosität haben wir aufgeführt. Und dann letztes Jahr zum ersten Mal ein echtes Theaterstück und zwar den Provisor von Gugol. Wann und wo ist die nächste Aufführung? Die nächste Aufführung ist voraussichtlich Ende Juli im Olympiadorf in München. Ah, wie kommt das? Na ja, das ist das Studentenwohnheim, in dem ich gewohnt habe. Und wo dieses Theater auch als ein Ausschuss des studentischen Selbstverwaltungsvereins angesiedelt ist. Fragt mich nicht, wie die rechtliche Konstruktion da ist. Auf jeden Fall kriegen die Leute Wohnzeit, wenn sie da Theater spielen. Ah ja, Wohnzeit. Und ist dann schon mal alle Vorstellungen besetzt mit Studenten, die zuschauen oder ist es auch für öffentliches Publikum? Das ist absolut öffentlich. Also wir verlangen auch keinen Eindruck, und wer dem das gefällt und wer möchte, darf danach natürlich Spenden geben. Genau, aber ansonsten... Die dann in der Spiritiosen umgesetzt werden? Ne, damit finanzieren wir eigentlich unsere Ausgaben, die wir das Semester über hatten. Wir haben zum Beispiel mal eine Rollstuhlrampe für 90 Euro aus Preusssparen bauen lassen. Und das waren halt die Materialkosten, die habe ich vorgestreckt und das wurde dann über die Spenden befinanziert. Und in der Regel schaffen wir es, so ein kleines Plus zu machen von 30 Euro. Das zahlen wir an den Verein zurück, weil wir sagen, ja, der ist auch finanziell nicht so super aufgestellt. Aber wenn mal was übrig bleibt für den Kasten Bier und ein bisschen Grillen, das reicht es immer. Das ist auch schön. Ja. Okay, zurück zu Wikipedia. Wir hatten im Vorgespräch kurz angerissen, dass ja auch nicht mal alles nur schön ist mit der Wikipedia. Genau. Ja, die Wikipedia muss ich sagen, ist eine ganz furchterliche Seite. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier bin, weil dann darf ich es mal sagen. Sonst sind ja immer alle voll des Lobes, vor allem Leute, die nicht mitarbeiten. Aber erstens ist es so, dass die Wikipedia sich, glaube ich, seit 2005, wo dieser große Boom war, nicht besonders weiterentwickelt hat. Also es wird immer noch das gleiche Konzept gemacht. Im Grunde versucht man, den Brockhaus ins Internet zu übertragen. Und jetzt gibt es den Brockhaus mittlerweile auch schon ein paar Jahre nicht mehr. Trotzdem sehen die Artikel immer noch gleich aus. Und es besteht immer noch so ein bisschen die Hoffnung, naja, man könnte ja zu allem auch einen Artikel haben. Und man müsste bloß abschreiben, was woanders steht. Und dann würde das schon auch von alleine klappen. Tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass man viele Entscheidungen treffen müsste für die Wikipedia, auch Redaktionelle, dass man sich überlegt, was können wir denn überhaupt sinnvoll beackern und was nicht? Und wie vertreten wir, dass wir manche Themen stiefmütterlich behandeln? Woran könnte man das festmachen, Themen, die man beackern kann oder die man eben nicht darstellen kann? Es gibt zum Beispiel Themen, das macht der Kollege Matthias B. ja gerne, Newsartikel schreiben. Halte ich für sehr wichtig, weil oft gibt es keine objektive Instanz, wo man das gut nachschlagen könnte. Ich glaube aber, man kann das nur beackernst tun, weil die Themen selber oder die Ereignisse selber noch überhaupt nicht klar sind. Also ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Art Ereignis das ist. Also ein Newsartikel wäre ein Artikel zu einem aktuellen Ereignis, was über mehrere Tage geht, so etwas wie ein Wirbelsturm, Katrina. Ja, oder mal ganz konkret, dieser Amoklauf in München jetzt zum Beispiel, ich war ja selber vor Ort damals, wir hätten fast an dem Tag unser Theaterstück aufgeführt. Das heißt bloß, es ist irgendwo Schießerei und das ist ein Polizeieinsatz. Und dann ist überhaupt nicht klar, was passiert. Also es ist nicht mal klar, wo die Schießerei ist, wann das passiert ist, wie viele Täter und so. Und also dieses Ereignis franzt so ein bisschen aus am Anfang. Und das Gute ist, oft klären sich die Sachen dann im Nachhinein. Aber man muss ein bisschen warten und deswegen werden dazu oft nicht Artikel geschrieben. Also das ist so eine praktikable Sache. Die löst sich aber mit der Zeit. Es gibt andere Sachen, wo ich sage, naja, je nachdem, wie man Artikel-Thema zuschneidet, trifft man damit auch eine Entscheidung. Beispiel Bradley oder Chelsea Manning. Also wir haben die Regel, es muss einen Namen haben und zwar einen eindeutigen. Entscheide ich jetzt auf Wikipedia, ob die Person Bradley Manning heißt oder Chelsea Manning. Also kurze Erläuterung, das ist eine Person, die das Geschlecht gewechselt hat auf eigenen Entschluss. Genau. Und auch eine sehr wichtige Person, weil die ein Whistleblower oder Whistleblowerin ist, die dann inhaftiert wurde und als Hochverwalt auch verurteilt wurde auch verurteilt wurde in den USA. Und da muss man sich klar sein, dass jeweils ein Aspekt dieser Person rausfällt, allein schon durch diesen Zuschnitt. und wo es und wo es noch mal krasser wird, und ich glaube, das ist so mein Lieblingsbeispiel, ist der Artikel Weibliche Genitalverstümmelung. Also im Moment heißt der Weibliche Genitalverstümmelung, der wurde in einer Hautdruckaktion von ich würde sagen einer feministischen Gruppe, damals so umbenannt, um auf dieses Unrecht hinzuweisen, dass da eben Frauen verstümmelt werden. Jetzt könnte man aber auch für den konkurrierenden Titel Weibliche Genitalbeschneidung argumentieren, weil man sagt, das ist eine lange Tradition. Viele Frauen halten das für wichtig, beschnitten zu sein, halten das auch für wichtig, dass ihre Töchter beschnitten werden und mit welchem Recht stellt man sich dann eigentlich als weißer Wikipedia-Autor oder weiße Wikipedia-Autorin aus Deutschland dahin und sagt, das ist Unrecht. Ich halte es nicht für falsch, grundsätzlich mit einem politischen Hintergedanken einen anderen Titel zu geben, aber ich denke, dass das dann auch als politische Entscheidung diskutiert werden müsste und man sich sagen muss, okay, für welche Werte steht Wikipedia eigentlich, wen wollen wir erreichen und wen nicht und auf wessen Seite stellen wir uns damit. Genau, eigentlich müsste man ja im Artikel selber das ausgewogen darstellen, aber einen Namen muss der Artikel dann haben. einen Namen muss der Artikel haben und das schafft natürlich auch nicht das Problem aus der Welt, dass das natürlich in der Welt umstritten ist und natürlich kann Wikipedia sagen, wir stellen uns irgendwo an die Seitenlinie und schauen da nur zu als Unparteiischer. Das klappt aber auch nicht immer. Das geht nicht immer, nein. Weil oft sind die Einschläge dann zu nah am eigenen Zuhause und wenn ich mir bedenke, ob jetzt zum Beispiel die Ansichten der NPD, ob man die gleich berechtigt darstellen sollte zu anderen Ansichten oder ob man sagt, nee, die schließen wir grundsätzlich aus von diesem Grundsatz, je nachdem muss man das halt verteidigen und ich denke, Wikipedia hat sich über die letzten Jahre zu wenig Gedanken gemacht darüber, wo in der Welt das Projekt eigentlich verortet ist, was die Werte sind, die Wikipedia als Enzyklopädie dann am Ende auch transportieren soll und wie man diese Leute erreichen kann und wen man erreichen möchte. Also für wen schreiben wir letztendlich, weil ich glaube, dass ein Oberstudienrat zum Beispiel so einen Wikipedia-Artikel auch anders liest, als eine 17-jährige Friseur-Azubine aus Billings-Kreuzberg. Wenn sie es überhaupt liest und nicht versucht, das über YouTube irgendwie rauszukriegen. Genau. Mein Gott, sind wir fies. Es kann auch ein Azubi sein. Ja. Aber ich will verstehen, es zieht ein bisschen ins Lächerliche, weil es wirklich eine schwere Sache ist. Und es ist keine Sache, die man einfach lösen kann. Nee, es ist keine Sache, die man einfach lösen kann, weil man, glaube ich, nicht für alle Leute auf der Welt einen Artikel schreiben kann. Das geht nicht, nein. Schon für alle Menschen in Deutschland das schreiben zu wollen und Österreich und Schweiz und Luxemburg ist nicht möglich, weil es da schon Unterschiede gibt von den Ländern her. Dann kann es von den Bundesländern her unterschiedlich sein und dann hat man verschiedene religiöse Werte. Also, wie es wird ja immer betont, Deutschland hat einen Wert, stimmt nicht. Schon wir beide werden unterschiedliche Standpunkte haben. Ja, und das dann versucht man natürlich als technikaffiner Mensch versucht man immer so eine Null-und-Eins-Lösung zu finden. Das klappt ja auch oft ganz gut. Also, wenn du dir, es gibt ja diesen Kreuzstreit in der Wikipedia. Also, sollten jüdische Personen oder personenjüdischen Glaubens oder jüdische Herkunft beim Sterbedatum ein Kreuzsymbol bekommen? Und ist das jetzt neutral, weil wir es schon immer so gemacht haben in Deutschland, in Lexika, oder ist das ein Akt von Imperialismus oder Kolonialismus, weil man diesen Leuten jetzt ein christliches Symbol auffängt, obwohl deren ethnische oder religiöse Gruppe seit Jahrhunderten von Christen unterdrückt wurde sowieso. Oder für die dieses Zeichen gar nichts bedeutet. Genau. Und für beides lassen sich gute Argumente finden und dann könnte man als Techniker sagen, naja, muss ich auch gar nicht streiten, wenn es sich jeder aussuchen kann. Und man könnte ein kleines Gadget basteln und dann stellt man eben ein, möchte man bei diesen Personen ein Kreuz stehen haben oder möchte man überhaupt Kreuze stehen haben in der Wikipedia als Atheist oder möchte man da nur stehen haben gestorben und geboren. Man könnte auch sagen, muss es einheitlich sein? Genau. Also einheitlich muss es dann nicht mehr sein, wenn jeder seine eigene Wikipedia haben kann zu Hause. Das Problem ist, dazu muss man angemeldet sein oder man muss den Leuten per IP sozusagen zuteilen, was für sie das Beste ist. Das ist dann schon wieder bedenklich. Und wir hatten ja schon mal die Diskussion um den sogenannten Bildfilter. Jetzt musst du es kurz erläutern. wo es ausgehend von einer indonesischen Wikipedia-Ausgabe darum ging, sollte man Bilder vom Propheten Mohammed zeigen dürfen. Und zwar weltweit, weil im Islam ist das umstritten und es gibt viele Glaubensrichtungen, die sagen, nein, Mohammed soll nicht dargestellt werden. Und dann wurde diskutiert, naja, also bevor wir das jetzt weltweit für alle einheitlich regeln, wie wäre es denn mit einem Bildfilter und dann können Leute Inhalte, die sie da belasten oder denen sie nicht zustimmen, ausblenden. Und das hätte dann nicht nur religiöse Inhalte befasst, sondern auch Spinnenbilder für Arachnophobiker oder sexuelle Darstellungen für evangelikale Christen zum Beispiel. Und da haben viele Leute gesagt, nee, also das ist nicht Sinn und Zweck der Wikipedia. Da ist ein universeller Anspruch dahinter und da kann sich nicht jeder die Rosine daraus picken. Ein anderes Argument erinnere ich war, dass man so eine Filter oder eine Zensur Architektur schafft, wo dann auch Begehrlichkeiten sofort aufkommen, wo es dann heißt, na ihr könnt es ja filtern, also zeigt jetzt gefährlichst nicht die, weiß ich, ja, irgendwelche Gefühle verletzt. In Russland sehen sie die Grenze mit der Krim so und so und in der Ukraine sehen sie so und so. Genau. Weil das dann gleich sozusagen Tür und Tor öffnet für alle möglichen Sachen und wenn man sich dann als Projekt auf irgendeine Wertgrundlage einigt, die da irgendwie eine solide Basis darstellt, heißt es ja noch nicht, dass da nicht irgendwie auch Putin sagen könnte, naja, wir haben schon auch andere Interessen und Werte auch, also wieso nicht auch dafür einen Filter einsetzen. Genau. So, wo wir jetzt gerade dabei sind, noch irgendwas mit der Wikipedia nicht in Ordnung? Ja, ist ganz vieles nicht in Ordnung. Werden immer weniger Leute, es passiert wenig Neues. Was ist deine Ansicht dazu, dass immer weniger Leute werden? Was ist der Grund dafür? Ich glaube, viele Sachen sind abgegeprasst von den Themen her, von dem, was man ausprobieren kann. Also ich glaube, viel kann man zumindest in der derzeitigen Literaturform nicht mehr neu erfinden in Artikeln. Es gibt sicher viele technische Verbesserungen und ich glaube, der technische Bereich läuft ganz gut, aber wie man einen neuen Artikel oder so oder toll neu darstellen könnte, da wäre mal viel, glaube ich, künstlerische Kreativität gefragt. Das ist weitgehend abwesend und da muss man natürlich auch sehen, also vergleichen wir mal Wikipedia mit anderen Internetprojekten, die aus der Community rausleben und dann sieht man schnell, MySpace ist nicht alt geworden, Facebook ist gerade auch so ein bisschen am alt werden zumindest, Snapchat habe ich jetzt auch gelesen, ist schon wieder auf dem absteigenden Ast. Also es ist eigentlich erstaunlich, wie lang sich Wikipedia als Projekt gehalten hat. Vielleicht muss man auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass Sachen nicht für die Ewigkeit gemacht sind und irgendwann muss man vielleicht mal die Wikipedia archivieren und dann kann man stolz darauf sein, dass es lang gehalten hat und das als nettes Zeugnis seiner Zeit betrachten. Grundlegendes Kennzeichen eines Projektes, wie du es selber gerade auch genannt hast, ist, dass es zeitlich endlich ist und auf der Wikipedia-Seite, im Wikipedia-Artikel in der Wikipedia steht, Wikipedia ist ein Projekt zur Erstellung einer Enzyklopädie. Das heißt, es könnte irgendwann abgeschlossen sein und es gibt auch Stimmen, die sagten, eigentlich könnte man jetzt eine abgeschlossene Version machen, vielleicht noch ein paar Artikel rund machen und dann nun noch Zusatzbände veröffentlichen, die sie auch die großen Enzyklopädie gemacht haben, wobei das nur für die deutschsprachige Wikipedia vermutlich geht. Also es gibt viele, die noch völlig am Anfang stehen, wo auch neue Communities sich bilden. Ja klar, also ich denke mal, wenn man aus Sicht der Leserinnen oder des Lesers denkt, dann funktioniert Wikipedia im derzeitigen Zustand ja eh schon gut genug. Also da müsste nicht viel dran gemacht werden. Ich denke, die finden 98 Prozent der Sachen, die sie suchen, ganz gut. Das reicht dann, um eine Hausarbeit zu schreiben oder den Kuchen nicht völlig falsch zu backen, weil man das falsche Gewürz genommen hat, das genauso heißt oder so. Also ich denke, aus der Sicht diese Alltagsgebrauchs Wikipedia ist ganz okay. Da könnte man natürlich Schluss machen. Man könnte sich aber auch überlegen, ja gut, für was könnte man Wikipedia denn sonst noch benutzen und was könnten die Leute denn noch lernen, wenn sie einen Artikel lesen oder vielleicht sollten sie auch gar nichts lernen und vielleicht sollten sie mit mehr Fragen aus dem Artikel rausgehen, als sie reingegangen sind, aber dann wäre es vielleicht auch keine Enzyklopädie Mime. Wobei ich den Eindruck habe, wenn ich so durch ein paar Artikel durchgehe, dass viele auch aus einer Datenbank generiert werden könnten, weil sie eine reine Zusammenstellung von Fakten sind, ohne eine Aussage zu treffen, ohne eine Geschichte zu erzählen. Beispielsweise Personenartikeln über einen Wissenschaftler, dann sollte auch irgendeine Einschätzung zu seiner Arbeit dastehen, was er geleistet hat oder was er vorangebracht hat oder was seine Ideen waren und nicht nur wo er studiert hat, wie er sein Doktorvater war und dann er gestorben ist und dass es ein Suizid war. Ja, aber das ist genau die Sache, die, glaube ich, schwierig ist, weil dann muss man so diesen sicheren Pfad der Fakten verlassen und der Biografien und Zeit leisten und sich überlegen, na gut, was sollten denn die Leser wirklich wissen müssen über diese Person und wie vermittle ich das und das, glaube ich, muss man für jeden Artikel neu rausfinden, also wie vermittelt man irgendwie das Gefühl, das man braucht für diesen Artikel und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, so geht es aber gar nicht und dann muss man in der Lage sein, diese Entscheidungen zu rechtfertigen und über Entscheidungen zu rechtfertigen sind Wikipedia, glaube ich, Wikipedianer ganz schlecht, weil sie oft sagen, ja wieso, ich habe doch einfach nur den Regeln gefolgt oder ich habe doch nur abgeschrieben, was in diesem Buch stand. Im Grunde hat sich der Artikel selbst geschrieben und wir sagen immer, Wikipedia-Artikel haben keinen Autor oder keine Autorin, sondern da steht ein Kollektiv dahinter oder die Quellen, aber ich glaube, so ganz wird man den Autor nicht los im Artikel. Er ist nicht ganz tot, obwohl Bruno Barth das damals behauptet hat. Und dann muss man fragen, welche Rolle haben wir, die die Wikipedia schreiben und ich denke, das involviert auch die Techniker und die Fotografen darin, wie wir unsere Inhalte gestalten. Ja, was, es gibt noch so eine Standardfrage in meinem Podcast, was würdest du anordnen, wenn du jetzt König der Wikipedia wärst? Wenn ich König der Wikipedia wäre? Wenn du jetzt der absolute Herrscher wärst. Nicht für lange, so, für einen Tag vielleicht. Okay, was würde ich anordnen? Das ist natürlich schwierig, weil ich weiß, dass man viele Sachen anordnen kann und selbst wenn die Leute das umsetzen möchten, klappt das nicht so richtig. Wenn es für dir eines Tages in die Fee kommt und du sagst, du hast drei Wünsche, dann hast du auch ein Problem, oder? Ja. Ich glaube, dieser Vorschlag, allen Leuten mal einen Tag nur Leserechte zu geben, also jede Artikelbearbeitung zu verhindern und die Leute mal einen Tag nur Artikel lesen zu lassen, die wären nicht schlecht. So ein bearbeitungsfreier Montag oder so. Genau. Gute Idee. Hatte bis jetzt noch keiner so erzählt. Sehr schön. Hast du einen bestimmten Musikgeschmack? Ja, ich mag Barockmusik und Progressive Rock. Weil ich im Podcast meist immer noch ein freilizenziertes Musikstück ranhänge und entweder suchst du noch eins raus und schickst mir das oder ich suche dann jetzt ein Barockes oder ein das andere habe ich vergessen, kann ich aber nachhören. Ja, Progressive Rock ist wahrscheinlich schwieriger, aber ich glaube, Barock sollte zumindest vom Komponisten her kein Problem mehr bestehen. Händel. Ja, Händel ist doch super. Genau. Wenn es deine freie Aufnahme mitmacht, gerne. Ich danke dir für das Gespräch, das war sehr interessant. Ja, ich danke dir für das Interview. Ja, wir haben viele Schleifen geschlagen. Okay, dann bis nachher. Tschüss. Tschüss. The Lord gave the world great was the company Untertitelung des ZDF, 2020 Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC bei 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen, erstens die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten, erstens Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens Sie müssen die Lizenz CC bei 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgräber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt. Zuletzt